2. Bundesliga Der Hamburger SV rutscht immer tiefer in die Krise. Statt vom Patze des SC Paderborn zu profitieren, setzt es gegen das Kellerkind aus Ingolstadt die nächste Pleite. Turbulent geht es auch im Abstiegskampf zu. Der Hamburger SV hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga ein weiteres Debakel erlebt und den Sprung auf Platz 2 verpasst. Die erschreckend schwachen Hans Itten verloren am Samstag gegen den FC Ingolstadt hochverdient mit 0.3, 0.1. Trotz des siebten Spiels ohne Sieg haben die Hans Itten zwei Runden vor dem Saisonende dennoch weiter eine Aufstiegschance. Die abstiegsgefährdeten Ingolstädter feierten indes unter ihrem neuen Trainer Thomas Oral im fünften Spiel den vierten Sieg und verbesserten sich auf Relegationsplatz 16. Dariel Letzkanow, 8. Thomas Bledl, 69., und Marcel Gauss, 72., erzielten die Tore. Die 1. FC Heidenheim hat seine Chance, noch ins Aufstiegsrennen einzugreifen, nicht genutzt. Gegen den SV Sandhausen verlor das Team 2.3, 1.0, der SV es machte einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt. Allerdings führte eine Fehlentscheidung zum 1-Doppelpunkt-1-Ausgleich, denn der V-Elfmitte, den Andrew Wooten verwandelte, 57., war nicht berechtigt. Mit 49 Punkten belegte FCH den fünften Platz und hat fünf Zähler Rückstand auf den Tabellenzweiten SC Paderborn, der am Freitag 0.2 im Ostwestfalen der B-Bar Aminia Bielefeld verloren hatte. Dennis Tumala, 45., erzielte vor 10.400 Zuschauern das 1.0 für die Heidenheimer. Nach dem Ausgleich schoß Patrick Meinker, 60., die Heidenheimer wieder in Führung. Lydpa Karada, 67., sorgte für das 2.2, Wooten, 69., machte den Sandhäuser Doppelschlag perfekt. Sandhausen blieb auch im achten Spiel in Folge ohne Niederlage und holte im 17. Duell gegen Heidenheim den ersten Sieg. Die erste FC Magdeburg steht vor dem direkten Wiederabstieg. Der Neuling unterlag am drittletzten Spieltag 2.4, 0.1, beim VfL Bochum und rutschte damit als Tabellen-17. Erstmals am Jahr 2019 auf einen direkten Abstiegsplatz. Tom Weiland, 61.84, Silve Gunn-Fuller, 42., und Dominik Baumgartner, 50., trafen für Bochum, Dennis Ettmann, 64., und Christian Beek, 87., verkürzten für die Magdeburger, die 2-Punkte-Rückstand auf den Relegationsplatz und zudem ein hammerhärtes Restprogramm haben, am vorletzten Spieltag geht es zur Aufstiegskandidat Union Berlin, zum Finale gegen Tabellenführer 1. FC Köln. Bochum, das bereits dem Klassenverbleib sicher hatte, liegt auf Platz 10.